Es gibt zwei Formen von Meditation und man kann mit ihnen Ruhe und Einsicht erlangen. Diese beiden sind wie die zwei Seiten einer Münze. Ruhe führt zur Einsicht und Einsicht zur Ruhe. Das Wirkungsvolle ist die Einsicht, Ziel ist die Ruhe, der Gleichmut in allen Lebenssituationen. Einsicht ist schwer zu erlangen, unser Ich stellt sich dagegen. Selten sehen wir die Dinge, wie sie sind, sondern eher, wie sie unserer Ansicht nach sein sollten. Dadurch entstehen alle unsere Irrtümer. Bei der Ruhe-Meditation konzentriere ich mich, je nach Methode, auf ein bestimmtes Wort, ein Mantra oder ein Gebet, das ich wiederhole, ein inneres oder äußeres Bild und ähnliches. Solange mich das interessiert und ich mich darauf konzentrieren kann, kommt der Geist zur Ruhe. Ganz ähnlich wie im Kino. Wenn ich sehr traurig bin und einen Film sehe, bin ich zwei Stunden lang ruhig. Nach Ende des Filmes ist die Trauer wieder da. Einsichts-Meditation ist komplexer. In ihr stelle ich mich einem tiefgreifenden inneren Prozess. Deswegen übt man sie auch länger. Man bleibt so lange sitzen, bis quasi, bildlich gesprochen, auch das Dümmste Ich begreift, dass es günstiger ist, durch die Türe zu gehen und nicht durch die Wand. Meistens wollen wir trotzdem durch die Wand gehen, aber das funktioniert nicht. Der historische Mensch, Bruder Shakyamuni, hat es vorgemacht. Vor 2500 Jahren hat er sich in den Wald unter einen Baum gesetzt und ist so lange sitzen geblieben, bis er seinen Geist erleuchtet hat. Diese Methode wird auch heute noch gelehrt. Man setzt sich auf einen stillen, etwas abgeschiedenen Platz und beobachtet seinen Atem. Der Atem ändert sich ständig. Einatmen, ausatmen und eine Pause dazwischen. Die Konzentration gleitet ab, Ablenkungen tauchen auf. Gedanken, Gefühle, Unruhe, Ärger, Freude. Immer wieder versucht man, zum Atmen zurückzukehren und sich auf diesen zu konzentrieren. Ein ganzer Wald voller Affen scheint sich im eigenen Geist zu tummeln. Nur schwer und allmählich kommt der Geist zur Ruhe.